Ein sportliches Großereignis in einem undemokratischen Land. Absagen von EU-Kommissaren, Kritik von Verbänden und Politik. Können wir Fußballfeste ohne Rücksicht auf politische Verhältnisse feiern? Darf sich ein undemokratisches Regime im internationalen Glanz sonnen? Hauptsache Sport, wo bleiben Recht und Freiheit? Wie ja wie sollen wir uns einmischen in der Ukraine und anderswo? Sportprominenz, die ist Vorbild, die hat Einfluss, die hat Charisma. Auch Fans und Medien können Druck ausüben, aber mit welchem Erfolg? Dies und mehr, liebe Zuschauer, heute in der Phönix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste heute sind Natalia Fiebrich, sind Korrespondentin des ukrainischen Fernsehens 1 plus 1, heißt das, also in privates Stationen hier in Berlin. Bei uns ist Marie von Möllendorf von Amnesty International, zuständig für Europa und Zentralasien. Da gehört also nicht nur Deutschland, Polen dazu, sondern eben auch die Ukraine. Bei uns ist Markus Lothar, der Sportchef der Berliner Zeitung und früherer Bundesliga-Profi bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth und beim FC St. Pauli. Schließlich Reinhard Grindel von der CDU, Bundestagsabgeordneter. Sie sind auch Antikorruptionsbeauftragter des DFB und dort unter anderem auch Mitglied in der Nachhaltigkeitskommission des Deutschen Fußballbundes und auch, erwähnen wir noch, Vizepräsidenten des Niedersächsischen Fußballverbandes. Herr Grindel, die Empörung über die politischen Zustände in der Ukraine, die führt dazu, dass manche deutsche Politiker jetzt sagen, da fahren wir nicht hin. Also ich boykottiere durch Abwesenheit diese Europameisterschaft. Wäre es nicht vielleicht manchmal besser, vielleicht doch zu fahren und vorher bei Julia Timoschenko im Gefängnis vorbeizusehen? Ich glaube, dass man das Problem nicht alleine auf Frau Timoschenko konzentrieren sollte, sondern es sind eine Vielzahl ihrer Minister und anderer oppositioneller in Haft. Herr Janukowitsch hat versucht, die Opposition durch diese Verhaftung und Inhaftierung zu enthaupten. Und es gibt keine Pressefreiheit, es gibt auch sonst undemokratische Strukturen. Insofern kommt es darauf an, generell die Situation in der Ukraine zu thematisieren. Das hat die Bundesregierung gemacht. Ich glaube, dass das auch von den Menschenrechtsorganisationen hinreichend unterstützt und auch als angemessen betrachtet worden ist. Und es hat auch der DFB gemacht. Ich will darauf verweisen, dass Volker Niersbach in mehreren Interviews Klarstellung bezogen hat zur Menschenrechtslage und auch Philipp Lahm. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass ein Spieler, der eben Vorbild für viele Menschen ja in unserem Land, gerade für Jüngere ist, das auch zum Anlass genommen hat, dieses Ereignis sich klar zu positionieren. Was erwarten denn die Ukrainer von Europa in diesen Fragen? Wir würden schon sehr gerne die europäischen Gäste in der Ukraine begrüßen zu dürfen. Und ich muss zugeben, wir beobachten mit einem sehr großen Interesse die Stimmung in Europa und was man über uns alles schreibt. Es geht schon so weit, dass wir, ich als Journalistin, Berichte über Berichte machen. Und wenn ich teilweise lese, was über uns alles geschrieben wird, dann mache ich das mit einer großen Verwunderung. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass es keine ständige Korrespondenten in der Ukraine gibt. Man sitzt entweder in Russland oder in Warschau. Man kennt die Ukraine nur vom Hören und Sagen. Man kommt ins Land, man hat Klischees und Stereotypen. Und dann sucht man die Themen, man sucht die Bestätigung von diesen Stereotypen. Und dann erfahre ich, dass, naja, die Ukraine ist ein armes Land natürlich, wo Leute mit einem, oder das ukrainische Volk mit einem afrikanischen Stamm zu vergleichen wäre, was die Aids-Kranken angeht. Wo Frauen natürlich alle Prostituierten sind. Keine Demokratie, das ist schon klar, alle Oppositionellen im Gefängnis. Wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Demokratie und Menschenrechte konzentrieren, wie empfinden denn die Ukrainer selbst diese Situation? Wir sind schon sehr besorgt. Aber da hatten Sie recht gehabt. Wir dürfen uns nicht nur auf den Fall Timoschenko begrenzen. Weil gerade jetzt ist das Thema sehr präsent in den Medien. Gerade jetzt reden ganz viele Politiker darüber. Wir müssen aber schon früher damit leben müssen. Und es geht natürlich um viele andere Oppositionelle. Aber es geht auch um viele ganz einfache Leute. Es geht um Geschäftsleute, die ihre Geschäfte kaum machen konnten. Es geht um unterdrückende Menschenrechte. Und natürlich wollen wir die Situation verändern. Aber man ist in der Ukraine sehr müde, was die Politik angeht. Wir haben einen großen Schlag gehabt mit der Orangenrevolution. Wir haben unsere größten Hoffnungen darauf gesetzt. Und leider müssen wir die Enttäuschung erleben. Gut, wir wollen über die Menschenrechte reden, Frau von Möllendorf. Jetzt hat diese Situation in der Ukraine jetzt ein großes internationales Turnier. Der Fokus ist darauf. Hunderte von Millionen Menschen gucken dazu. Aber schau, nicht nur Fußball erfahren, auch noch anderes über die Ukraine. Da gibt es ja noch diese besondere Situation, da drehen jetzt internationale Stars auf. Also Mesut Özil oder Ronaldo von Portugal. Wenn die sich zu irgendwelchen politischen Demonstrationen da bereit erklären würden, für die Menschenrechte in der Ukraine einzutreten, wäre das sinnvoll? Hätte das auch einen durchschlagenden Erfolg? Also wir würden uns das sehr wünschen, dass sich die Politiker, die Sportler, die Verbandsvorsitzenden dort äußern, dass sich Promis dort äußern, dass sie sich vorher informieren über die Menschenrechtslage. Denn auch wir finden es ein bisschen problematisch, dass sich doch die Medien und auch die Politik sehr stark auf den Fall Julia Timoschenko fokussiert. Für uns ist ein ganz gravierendes Problem die weit verbreitete Folter in ukrainischen Gefängnissen. Das geht so weit, dass jedes Jahr mehrere Todesfälle in Haft zu beklagen sind. Und all das muss ganz klar angesprochen werden. Und wir sehen auch schon erste Erfolge des internationalen Drucks. Wir haben als Menschenrechtsorganisation immer gefordert, dass eine grundlegende Polizeireform durchgeführt werden muss, um eben der Folter ein Ende zu bereiten. Nun, jetzt hat das ukrainische Parlament eine Reform der Strafprozessordnung verabschiedet. Wir... Finden Sie das auch so ein bisschen als Reaktion auf diesen Druck, auf diese Negativberichterstattung auch über die Zustände in den Gefängnissen der Ukraine? Das ist sicher auch eine Folge des internationalen Drucks. Denn unsere Erfahrung ist, Folter passiert da, wo niemand hinschaut. Und insofern ist das ein erster Erfolg. Jetzt gilt es dran zu bleiben und eben auch über die EM hinaus. Herr Lothar, was ist das eigentlich für ein Verhältnis? Sport, speziell Fußball und Politik. Ist das so ein ganz Spezielles? Es ist ein ganz Spezielles, weil natürlich eigentlich die Sportler immer mehr oder die Fußballer jetzt im Besonderen immer mehr in die Verlegenheit geraten, dass sie eigentlich was sagen sollten. Ich glaube, manchmal verlangt man ein bisschen viel von 22, 23-Jährigen, teilweise noch jüngeren Spielern. Wenn Sie das leisten können mit einer gewissen Tiefe, ist es wunderbar. Ich glaube, wenn Sie es nicht freiwillig machen wollen, dann sollte man es lieber sein lassen, weil es einfach nicht angebracht ist. Ansonsten kann man natürlich da nicht wegschauen. Und ich kann das nur bestätigen, ich sehe das genauso. Also die Europameisterschaft ist jetzt schon ein Erfolg, weil man einfach nicht nur über die Ukraine, sondern auch über Polen einfach sehr, sehr viel erfahren hat. Und weil wirklich dieser Kegel, dieser Scheinwerferlicht auf beide Länder gelenkt wird und man auf Missstände aufmerksam gemacht wird und einfach so eine Länderkunde bekommt. Und deswegen ist das einfach unbezahlbar, was wir jetzt schon bekommen haben. Anderes Problem natürlich, bricht das nach dieser Europameisterschaft schon ab? Oder bricht das mit dem Anpfiff zur Europameisterschaft? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man das so betrachtet, dass auch in Staaten, die es mit Demokratie und Menschenrechten nicht so genau nehmen, solche Sportveranstaltungen stattfinden. Denn die helfen ja möglicherweise auch der innenpolitischen Opposition. Herr Keter, das war nicht die Überlegung bei der Vergabe der Euro. Ich meine das jetzt auch durchaus in der Europameisterschaft. Damals war ja die Situation eigentlich völlig andere, das darf man nicht vergessen. Was sicherlich richtig ist, dass die Sportverbände versuchen, große Ereignisse auch in Länder und Regionen zu tragen, in denen zum Beispiel der Fußball oder auch andere Sportarten noch nicht so populär sind. Und ich finde übrigens, das ist ja richtig hier angesprochen worden, dass auch die Ukraine, die Fans dort den Anspruch haben, eine solche große Veranstaltung einmal zu erleben. Der ukrainische Fußball hat sich ja ordentlich entwickelt. Man kann nicht sagen, das ist ein Entwicklungsland. Es gibt viele erfolgreiche Spieler, die ja auch in der Bundesliga spielen. Insofern haben die Menschen das Recht auf diese Europameisterschaft. Sie haben auch das Recht, dass sie stattfindet. Aber jeder, der Politiker ist oder eben auch Fußballer, der dorthin geht, muss sich bewusst sein, unter welchen Rahmenbedingungen er das tut. Und ich finde, wir Deutsche haben da uns dieser Aufgabe ganz gut gestellt. Wie sehr wird denn der Sport, gerade der Fußball, der ja auch sehr populär ist in der Ukraine, wie sehr wird der denn eigentlich von der Politik in Anspruch genommen, instrumentalisiert? Ist er unabhängig oder ist er eher im Dienste des Staates? Es sind schon viele Politiker, Oligarchen, denn die Fußballverbände gehören, die auch den Bau von Stadions mitbezahlt haben, die große Feiern gemacht haben. Und natürlich stehen die in Scheinwerferlicht. Deswegen, da muss man sich natürlich im Klaren sein. Ich würde das sehr begrüßen, wenn auch die deutschen Politiker nach der Ukraine reisen würden. Natürlich möchte man sich vielleicht nicht auf die Ehrentribüne hinsetzen, so Herrn Janukowitsch. Aber man sollte dadurch nicht das ganze Land bestrafen, sondern die Führung, die dafür verantwortlich ist, wenn man als private Person ins Stadion geht und dadurch auch die deutsche Mannschaft unterstützt. und auch die Probleme öffentlich anspricht, dann sehen auch die Ukraine, das sieht auch das Volk, wir sind nicht alleine. Wenn man einfach als solche sagt, wir boykottieren jetzt die Ukraine, wir zeigen jetzt der Ukraine, dass es so nicht geht, dann sind auch die Menschen dabei, die sich darauf gefreut haben. Das ist möglicherweise ein Fehler, dass deutsche Politiker gesagt haben, da fahren wir nicht hin, damit wir uns mit Herrn Janukowitsch nicht ablichten lassen. Denn sie könnten dort ja auch vor Ort in der Tat ja fordern, jetzt nicht nur auf Jula Timoschenko bezogen, sondern auch auf andere, dass die Ukraine, die ja in die Europäische Union möchte, sich ja zu den Grundprinzipien von Demokratie und Rechtsstaat bekennen muss. Das kann man vor Ort ja mit einer gewissen, also vielleicht auch in dem Fall undiplomatischen Haltung vielleicht ganz gut machen. Dazu gibt es sicher die Möglichkeit, es ist nicht falsch, nicht hinzufahren. Das bleibt dem einzelnen Politiker überlassen, ob er das tut oder nicht. Für uns ist es ganz wichtig, dass, wenn man dorthin fährt, dann die Möglichkeit auch genutzt wird. Aber auch die Politiker, die hier bleiben, haben eine Verantwortung für eine Verbesserung des Menschenrechtsschutzes in der Ukraine einzutreten. Unsere Erfahrung ist bei solchen Sportereignissen, zum Beispiel in China oder auch in Bahrain, dass die Austragung dieser Ereignisse allein in den Ländern noch keine Verbesserung bringt. Was man machen muss, ist, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und nur wenn das dann auch in eine sehr allgemeine, grundsätzliche Strategie für einen besseren Menschenrechtsschutz eingebettet ist, nur dann kann es Erfolg haben. Denn Verbesserungen im Menschenrechtsschutz durchzusetzen, dessen Bedarf ist eines langen Atems und großer Beharrlichkeit. Das hat auch viel länger dauert, als eine Fußball-Europameisterschaft gemeinhin dauert. Ist denn da die Gefahr relativ groß, dass das danach dann wieder absackt, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn? Ich sehe das nicht so. Bei Politikern sehe ich es ein bisschen anders als bei Fußballspielern. Ich glaube, die haben eine andere Verantwortung. Und die sollten sich genau überlegen, ob sie genau jetzt zum Boykott aufrufen oder da nicht hinfahren. Ich finde, es ist der absolut falsche Zeitpunkt für einen Boykott, weil den hätte man schon vor zwei Jahren anbringen können und diese Regierung einfach boykottieren können und nicht die Europameisterschaft. Ich glaube, da findet einfach keine vernünftige Differenzierung statt. Und das ist nie diskutiert worden. Also was mich sehr gestört hat, ist, als das alles so in Gang gekommen ist mit Timo Schenko, auch die eine sehr umstrittene Figur in der Ukraine ist, was man ja auch erst erfahren hat oder nochmal erfahren durfte, da sind unglaublich viele aufgesprungen und haben natürlich aus der Hinterbank gerufen, ja, ich boykottiere auch diese Europameisterschaft. Und das ist ein Reflex, den es in Deutschland so oft gibt und der einfach wirklich doch seugierlich ist. Also es ist bisher nicht geplant. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. In der Vorrundenbegegnung ist das ein zeitliches Problem. Ich will auf folgendes hinweisen. Also warum fahren Politiker, etwa Mitglieder der Regierung, zu so einem Sportereignis? Doch um die Mannschaft zu unterstützen, um Sympathie der Bevölkerung zu dokumentieren, der Truppe, die da antritt, auch um natürlich sportlichen Erfolg, der im Turnier schon erreicht worden ist, anzuerkennen. Und insofern ist eben gerade etwa bei der Überlegung des Bundesinnenministers, jetzt in der Vorrunde noch nicht zu fahren, natürlich auch die Überlegung auf der anderen Seite zu sagen, wenn man jetzt gleich zum ersten Spiel fährt im Lichte der Diskussion, könnte das dann auch falsch interpretiert werden, als ob er nun überhaupt kein Verständnis hätte für die Frage, wie man sich dort nun verhält. Insofern gehe ich davon aus, Herr Kehler, dass ab dem Viertelfinale auch Mitglieder unserer Regierung immer unterstellt, dass wir es erreichen und da sind wir ja guten Mutz, auch wenn Herr Lotter als Fußballer nicht mehr helfen kann, aber sei es drum. Also ab dem Viertelfinale denke ich, wo dann die Unterstützung auch da sein muss und wie gesagt, die Anerkennung für den sportlichen Erfolg und beim Halbfinale oder Endspiel wäre es dann sowieso klar. Insofern gibt es keinen Boykott, sondern es gibt ein sehr bewusstes Abwägen, richtige Gesten an den Tag zu legen. Ja, bitte. Also mir zu einer Antwort von Ihnen. Es wurde eben kurz so dargestellt, als wäre das so ein heerer Ansatz, dass man ganz bewusst irgendwie eine Europameisterschaft nach Polen oder Ukraine vergibt, vielleicht 2020 nach Aserbaidschan und Georgien, weil man dann vielleicht irgendwas bewegt in diesem Land. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Aber zumindest die Entwicklung zu fördern. Ja, ich sage mal so, die Vergabe damals für Polen, Ukraine war eine, weil diese Region auch einmal dran war. Absolut, ja. Und eine erfolgreiche sportliche Entwicklung genommen hat im Fußball und weil man natürlich auch ein bisschen darauf vertraut hat, dass die Kooperation zwischen Polen und der Ukraine, der polnische Verband ist ja ein großer Fürsprecher auch der ukrainischen Fußballorganisationen, also dass die Kooperation etwas stärker ist, als sie jetzt sich darstellt. Leider haben wir ja eine Fußball-Europameisterschaft, ganz unabhängig von den politischen Fragen, die im Grunde genommen in zwei Ländern stattfindet, mit getrennten Organisationskomitees, wo eben leider wenig zusammenwächst. Aber vielleicht, wenn wir da auf diese Vergabe noch mal kurz eingehen, auf unserer Facebook-Seite haben sich Zuschauer gemeldet, also einer fragt, wo waren die Vertreter der Politik und der Gesellschaft, als die EM vergeben wurde. Die Menschenrechtssituation in der Ukraine ist ja nicht erst seit gestern eine Katastrophe. Und hätte man, Frage, die EM der Ukraine nicht wieder entziehen müssen? Gut, das entscheidet nicht die Politik, sondern Veranstalter ist die UEFA. Und nochmal, beim Zeitpunkt der Vergabe war die Situation in der Ukraine so, dass man eine Annäherung an Westeuropa erwarten durfte, dass man ein Zusammenwachsen von Polen und der Ukraine erwarten durfte. Das war eine völlig andere Grundlage. Und insofern kann man das mit der heutigen Situation nicht vergleichen. Und insofern meine ich auch, dass die Frage, die Herr Lothar angesprochen hat, warum hat man nicht vor zwei Jahren schon solche Überlegungen angestellt, das ist nun klassisch eine Aufgabe der UEFA. Sie ist Veranstalter. Und diese Diskussion werden wir sicherlich auch noch haben beim Eishockeyverband, wenn man an die Spiele in Weißrussland denkt. Und vielleicht noch ein kurzer Blick auf Ukraine. Das Land ist wahrscheinlich stolz, die Menschen sind stolz, dass ein solches Turnier da stattfindet. Was jetzt über, Sie haben es ja vorhin in Ihrer ersten Antwort so ein bisschen angedeutet, was jetzt so über die Ukraine alles verbreitet wird, also gerade jetzt, wir reden aber über Menschenrechte. Gibt da so einen kleinen Knack, so einen Kratzer in der Ukraine, dass man sagt, eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt, ohne diese unschönen Kommentare? Natürlich hat man sich das anders vorgestellt, in vielen Hinsichten. Man hat sich auch vorgestellt, dass das Land sich als solches besser vorbereitet. Noch vor dem Fall von Timoschenko, als alle plötzlich über sie redeten, da hat man über Straßenhunde geredet, die getötet werden. Man hat über zu teuren Hotels geredet. Und natürlich ist es uns zu schade. Und da wollten die Ukrainer auch selbst was tun. Darüber erzählt ja keiner. Aber es gibt eine große Gruppe der Ukrainer, die sich in sozialen Netzen verabredet und die jetzt für die Touristen kostenlos Unterkünfte anbietet bei sich zu Hause oder Stadtführungen anbietet. Natürlich ist es uns schade, dass es so gekommen ist. Deswegen befürchte ich, dass das möglicherweise kein Fest der Leute sein wird. Es ist irgendwie alles so organisiert, dass die Eliten, die eingeladen kommen, in schon neuen Terminals landen, in schon Hotels teuren, Hotels wohnen. Aber die einfachen Leute, die Ukrainer, die stehen abseits. Und darum würde ich nur an die Politiker appellieren, europäischen Politiker, dass man nicht das Land als Ganze abgrenzt. Und was ich auch bei den deutschen Politikern teilweise feststellen muss, dass man sich die Ukraine irgendwie in dieser Situation in der Ukraine so schön ausgemalt hat. Man hat auch die Vorstellungen, was nicht immer zustimmen. Wenn Renate Künast sagt, dass die deutsche Mannschaft möglicherweise ein Zeichen setzen sollte im Stadion für Frau Timoschenko und für ihre Freilassung und vielleicht mit einem orangenen Schall da irgendwie rumlaufen würden. Ich kann Ihnen nur versichern, die Ukrainer werden das gar nicht verstehen, worum es geht. Und denken, was ist jetzt los mit den Deutschen? Die Orangene Revolution war ja etwas, was uns ja möglicherweise schon ein bisschen vielleicht auch die Sicht verstellt hat, wie es in diesem Land noch wirklich aussieht. Haben wir das ein bisschen zu blauäugig gesehen, was die politische Entwicklung, also Sie beobachten die Ukraine seit langer Zeit. Was die politische Entwicklung des Landes angeht, so in den letzten zehn Jahren bis zum heutigen Tag? Also wir sehen schon systematische Menschenrechtsverletzungen, die schon ganz lange anhalten. Insofern sehe ich es nicht ganz so wie Sie, dass es eine völlig andere Situation war damals. Auch damals gab es systematische Folter, auch damals gab es Rassismus, der selten untersucht, selten strafrechtlich verfolgt wurde. Und auch Julia Timoschenko hat dagegen nicht wirkungsvoll Maßnahmen ergriffen. Insofern war es damals keine völlig andere Situation. Das heißt nicht, dass Amnesty International dafür eintritt, dass die Ukraine nicht den Zuschlag hätte erhalten dürfen, sondern dass man vielleicht auch im Vorfeld solcher sportlichen Ereignisse und im Vorfeld der Auswahl ein bisschen mehr zusammenarbeiten kann, dass man klare Zielvorgaben setzt für die Vergabe der Wettkämpfe und dann sozusagen auch nach diesen Zielvorgaben danach die Entwicklung misst. Wie groß ist die Gefahr eigentlich für Sportveranstaltungen immer zur Staffage von Diktaturen zu werden? Also da gibt es ja die berühmten Beispiele 1980, schon 1978 in Argentinien, 2008. Reinhard Grindl hat es schon angesprochen. Da ist jetzt auch noch die Eishockey-Weltmeisterschaft ausgerechnet nach Weißrussland vergeben worden. Dort sind die Zustände ja noch um einiges schlimmer als in der Ukraine. Achten da die Sportverbände zu wenig drauf, auf diese politischen Fairness, die da auftauchen und die ja auch den Sport, das sieht man ja jetzt an der Ukraine, auch irgendwie beeinträchtigen? Ja, ich glaube, da gibt es einiges an Nachholbedarf. Genau in diesen Exekutivgremien, glaube ich, sind einfach noch immer Leute, die sich einfach durch eine hübsche Reise beeinflussen lassen, die durch Zuwendungen natürlich vielleicht ihre Meinung ändern. Da ist natürlich noch vieles und einfach, ja, liegt da vieles noch im Argen, was, glaube ich, durch eine neue Generation an Funktionären und wirklich auch an Kontrollorganen einfach schon noch verbesserungswürdig ist, dass da wirklich, ja, vieles einfach vorgedacht wird und einfach unter anderen Parametern natürlich auch vergeben wird. Gibt es auch innerhalb des Sports jetzt möglicherweise Auseinandersetzungen? Philipp Lahm hat ja so gesagt, eigentlich müsste die UEFA politischer werden und Platini, der Präsident der UEFA hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Dass jetzt eine Diskussion an diesem Beispiel entsteht, welche Rolle der Sport vielleicht über die rein sportliche Leistung hinaus gesellschaftlich auch noch hat, gerade dann, wenn es zu solchen Situationen kommt. Also die Stellungnahmen nicht nur von Philipp Lahm, sondern auch von Wolfgang Niersbach auf der einen und Michel Platini auf der anderen Seite unterscheiden sich. Das ist festzuhalten. Ich finde auch, dass die Reaktion von Herrn Platini auf Philipp Lahm überzogen war. Aber es ist so, dass ich bei Herrn Platini sehe, dass er die Funktion des Veranstalters eben sehr restriktiv definiert, der eben auch im Blick hat, dass er sich mit der ukrainischen Regierung natürlich arrangieren muss im Vorfeld der Europameisterschaft, während sie läuft. Dass da eine Teilnehmernation wie Deutschland, der DFB und ein Spielführer einer teilnehmenden Mannschaft etwas freier ist, vielleicht in seinen Stellungnahmen, trotzdem stimme ich Herrn Lotter zu. Wir müssen darauf achten in den Sportfachverbänden, dass wir bei Vergaben sehen, in welchem Umfeld wir uns bewegen und auch in der Vorbereitung dann auf solche Spiele das im Blick nehmen. Es darf kein Ausschlusskriterium geben. Dann wäre ja der Kreis derjenigen Nationen, die weltweit das Recht hätten, große Ereignisse zu veranstalten, sehr begrenzt. Insofern haben gerade auch die Menschen und die Sportler, die ja nun wirklich auch im Mittelpunkt stehen müssen, auch das Recht, unabhängig in was für einer Art von Staat sie leben, dass einmal in ihrem Heimatland ein solches Ereignis stattfindet. Aber wie gesagt, wir müssen auf die Rahmenbedingungen achten. Und ich finde schon, ähnlich denken Sie wie jetzt beim European Song Contest, dass doch die Aufmerksamkeit, die in dem Fall Aserbaidschan oder jetzt Ukraine, die durch ein solches Sportereignis weltweit auf die Probleme des Landes gelenkt werden, allemal auch es rechtfertigen, dass man dann solche Spiele in einem solchen Land auch belästigt. Ich sage noch einmal, ohne dass wir uns jetzt da streiten wollen. Damals bei der Vergabe hatte man natürlich die Hoffnung, dass die Ukraine sich gerade in Richtung Westeuropa über die Brücke Polen entwickelt, eben auch unabhängiger macht von Russland. Es war da nicht alles in Ordnung, das ist wahr, aber die Situation war sicherlich Muss der Sport denn jetzt mit diesen Erfahrungen auch nicht in Zukunft auch politischer werden, auch Politik mehr ins Blickfeld nehmen? An Sebastian Vettel, glaube ich, ist ja kritisiert worden, dass er bei diesem Formel-1-Rennen in Bach-Rhein gesagt hat, damit habe ich ja nichts zu tun. Muss der Sport nicht in Zukunft auch nicht nur das Stadion und das Publikum im Stadion wahrnehmen, die Sportler, sondern auch das ganze Umfeld im wahrsten Sinne des Wortes? Zu berein kann man ja nur sagen, dass bei diesem Rennen Michael Schumacher die ganz, ganz große Chance verpasst hat. Mit 43, vollkommen unabhängig, hätte einfach sagen können, ich fahre nicht. Also bei Sebastian Vettel, der wirklich auch sehr jung noch ist, kann man das, da kann ich mich nur wiederholen, nicht unbedingt verlangen. Aber ich glaube, bei einem, einem 43-jährigen Mann, der irgendwo im Leben steht, da ist sowas möglich und da kann er sich natürlich schmücken damit, mit so einer Reaktion und das ist da nicht passiert. Bei Sportverbänden kommt ja noch hinzu, wenn man die UEFA einfach sieht, das ist natürlich ein riesen Wirtschaftsunternehmen, in dem es um Macht geht, um Machtsicherung. Menschen wie Platini, die sind natürlich, ja, eitel, wollen bestätigt werden und führen nochmal ganz klaren Wirtschaftsunternehmen. Wenn man die FIFA oder die UEFA oder IOC erlebt hat, wie die wirklich vor Ort einfach alles wirklich abregeln und einfach wirklich den letzten Euro irgendwo nur rausholen, dann ticken die natürlich nicht mehr so, wie Sportverbände getickt haben, wenn sie jemals so getickt haben. Die funktionieren anders. Darf ich einen Aspekt sagen? Ich finde, der Sport, das habe ich jetzt mehrfach betont, muss die Rahmenbedingungen natürlich sehen. Aber der Sport kann die Politik nicht ersetzen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die EU ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, dessen Janukowitsch abgeschlossen hat. Also da muss man doch immer sagen, in welchem Umfeld bewegen wir uns vor diesem Hintergrund auch. Denken Sie an den Druck, den die Arbeitgeberverbände bei uns machen, die Wirtschaftsbeziehungen, unabhängig von der Frage, wer da regiert, in die Ukraine, nach Russland auszubauen und zu vertiefen. Also ich finde, man darf den Sport jetzt auch nicht insofern überfordern, als dass hier Entscheidungen, Signale verlangt werden, die die Politik noch nicht mal ansatzweise bereit ist zu geben. Wir müssen uns natürlich der Rahmenbedingungen bewusst sein, unter denen da eine Europameisterschaft stattfindet, aber der Sport kann die Politik nicht ersetzen. Wenn es in den Stadien der Ukraine durch Sportler, durch international bekannte Stars politische Demonstrationen gäbe, sei es, wenn man ein Bild von Timoschenko hochhält oder sich einen orangenen Schal umlegt, was auch immer, würden das die Ukrainer jetzt als Einmischung, als Affront auch in innere Angelegenheiten empfinden oder würden die sagen, gut, dass sich die für uns interessieren und uns vielleicht auch in unserem politischen Kampf unterstützen? Das wäre für viele Ukrainer schon interessant. Das einzige Problem dabei, glaube ich, dass das die Führung kaum beeindrucken würde. Und das ist das, was wir erzielen wollen. Mit der orangefarbenen Schal, also bitte nicht, weil sonst werden wir, denken Sie, Sie jetzt unterstützen Niederlande oder so. Also die Ukraine werden das gar nicht... Das muss natürlich klar sein, dass damit die orangefarbene Revolution nicht Oranier gemeint ist. Aber würde man das als Unterstützung empfinden oder eher so nach dem Motto, die sollen sich da raushalten? Nein, man würde schon gerne die Europäer auch mitreden lassen, aber nicht nur als Zeichen setzen, nicht nur als irgendwie, jetzt halte ich ein Bild von Timoschenko und dann gehe ich raus und ja, sowieso mit dem Charterflug geflogen, ich übernachte nicht in die Ukraine, jetzt zurück nach Deutschland und vergessen. Sondern wir brauchen langfristige Projekte, wir brauchen wirklich mehr Austausch. Nur jetzt durch die EM werden wir wenig bewirken können. Ich möchte Ihnen eines vor Augen führen. Statistisch gesehen, 77 Prozent der Ukrainer waren niemals im Ausland gewesen und ungefähr 36 niemals aus ihrer Region irgendwo. Viele Ukrainer wissen gar nicht, wie das anders geht. Viele Ukrainer wissen gar nicht, wie das in der Welt ist und in Europa auch. Und wie wollen wir von Menschen erwarten, dass wir jetzt in zehn Jahren ganz schnell Demokratie gemacht haben, ganz schnell alles gebaut haben und nach europäischen Standarten leben. Deswegen also, was ich sagen möchte, man wird kaum als Einmischung gesehen, wenn man da irgendwie was sagt. Nur, ich glaube, man wird schon erkennen, inwieweit glaubwürdig das ist. Ob das jetzt nicht einfach, um quasi mich zu zeigen, ja, als Politiker, mich ins Gespräch zu bringen, dass jetzt die deutsche Presse über mich schreibt und nochmal mich erwähnt, sondern dass man wirklich was bewirken möchte. Was Frau Fiebrich jetzt gerade sagte, dass das möglicherweise solche Demonstrationen die Politiker gar nicht beeindrucken würde in der Ukraine. Da sind wir auch ja beim Stichwort Nachhaltigkeit. Wie, was muss denn da geschehen, damit das auch wirklich Eindruck schafft? Ja, es muss konsequent sein. Es muss begleitet werden von Maßnahmen davor und danach. Wir beobachten in der Ukraine einen sehr starken Drang nach Europa. Das kann genutzt werden für einen besseren Menschenrechtsschutz. Man kann immer wieder darauf pochen, dass Menschenrechtsverletzungen abgestellt werden müssen, damit dieser Weg nach Europa schneller beschritten wird. Insofern gibt es durchaus Möglichkeiten, Druck auszuüben. Und das wird schon sehr genau registriert, ob das konsequent ist oder nicht. Wir sehen es zum Beispiel in Aserbaidschan. Da hat selbst während des Eurovision Song Contest, als die ganzen internationalen Medien auf das Land geschaut haben, wurden Demonstrationen gewaltsam aufgelöst vor den Kameras. Und das bedeutet für uns doch, dass die aserbaidschanische Regierung sich relativ sicher zu sein scheint, dass nach dem Eurovision Song Contest der Druck auch wieder nachlässt. Eigentlich gar keinen Eindruck gemacht oder macht eigentlich, ist ja Ihre Erfahrung, ich frage Sie ja nach Ihren Erfahrungen mit diesen Ländern. Das sind ja eine ganze Reihe von Ländern, die es mit der Demokratie nicht zu genau nehmen. Das macht im Regelfall keinen Eindruck. Man kann sie auf Dauer damit nicht beeindrucken. Wenn es punktuell bleibt. Wir kämpfen dafür, dass es die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, zumindest von der Politik. Man hat immer viele Ansatzpunkte. Die aserbaidschanische Regierung, die ukrainische Regierung sind schon sehr auf ihr Ansehen innerhalb Europas bedacht. Und das muss man konsequent nutzen. Bei der Ukraine ist ein Beitrittskandidat faktisch zur Europäischen Union, also Assoziierungsabkommen. Sie möchten da dazukommen. Da achtet man ja nicht nur auf wirtschaftliche Rahmendaten und inwieweit sie da in Europa mithalten können, sondern es spielt dann eben Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit eine ganz große Rolle. Man fragt sich ja sowieso nach diesen Zuständen in diesem Land, dass das überhaupt schon so weit gediehen ist, dass die Ukraine da in die europäische Nähe gekommen ist. Will man da verhindern, dass sie irgendwie Richtung Russland abdriften? Oder wie lässt sich das verstehen, dass man mit ihr offenbar zumindest bisher recht milde umgegangen ist? Die Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen waren sicherlich ein Stück Vertrauensvorschuss. Aber die Ratifizierung müsste jetzt ja folgen. Und man hat natürlich genau beobachtet, wie sich jetzt die Entwicklung in der Ukraine weiter zeigt. Und deswegen sind ja auch alle Ratifizierungsverfahren jetzt auf Eis gelegt. Sie wissen, es gibt einen EWF-Kredit in Höhe von 15 Milliarden Dollar, der auch auf Eis gelegt worden ist. Und wir hören, dass doch unter den angesprochenen Oligarchen der Wunsch jetzt stärker vorgetragen wird, nun sich nicht zu isolieren, sondern die Brücke in den Westen weiter zu schlagen. Also insofern ist bei Aserbaidschan es sicherlich schwieriger, für nachhaltige Diskussionen zu sorgen. Bei der Ukraine ergeben sie sich automatisch, weil bestimmte Themen auf der Tagesordnung stehen. Aber wir haben jetzt im Oktober die Parlamentswahl. Ich bin eben skeptisch, angesichts der Entwicklung in den letzten Monaten, ob kurzfristig sich dort etwas bewegen wird. Denn Herr Janukowitsch lässt ja offensichtlich auch deswegen Frau Timo Schenke und andere nicht ins Ausland ausreisen, weil er die Sorge hat, dass aus dem Ausland dann eine neue Bewegung sich dann ergeben könnte, gegen ihn politisch. Also insofern sehe ich, dass wir weiter diskutieren werden, aber dass eine kurzfristige Änderung in der Ukraine der Situation wohl nicht zu erwarten ist. Welche Rolle hat denn die Sportberichterstattung, die ja auch eben nicht nur über den Sport selbst berichtet, sondern auch über das, was da drumherum ist? Das fließt ja automatisch ein. Sie haben ja den Vergleich auch mit den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Da gab es ja ähnliche Diskussionen, hat aber irgendwie nicht so viel erreichen können. Also im Moment, wenn der erste Wettbewerb wirklich dann angepfiffen wird, oder wenn der Startschuss gegeben wird, dann ist es immer so, dass ich Sportberichterstatter natürlich erstmal auf den Sport konzentrieren, der in sich schon ganz andere Probleme nochmal trägt mit Doping und was uns auch immer irgendwo natürlich, ja, ich weiß nicht, die Arbeit erschwert, aber möchte ich nicht sagen, aber so einen anderen Aspekt einfach gibt, der immer ein bisschen unangenehm ist. Ansonsten, glaube ich, muss man auch da sehen, dass viel wichtiger wäre, dass man natürlich eine politische Korrespondenz dann aufrechterhält und dass das nicht nur im Vorlauf zu so einem Ereignis einfach dann politisch begleitet wird. Also ich glaube, da ist eine Sportberichterstattung. Wir sind in dieser Hinsicht keine Experten und haben auch oftmals nicht die nötige Ausbildung und das nötige Feedback dafür. Das ist dann, glaube ich, einfach zu viel verlangt. Also dann ist wirklich der Mann vor Ort, politisch gebildert, wesentlich wertvoller und wichtiger, um überhaupt, ich sage mal, ein bisschen was zu bewegen. Sie sind ja für Zentralasien auch noch zuständig. Reinhard Grindel hat es gerade gesagt, Ukraine ist relativ nah bei uns, nicht nur geografisch, sondern auch politisch. Die wollen in der Europäischen Union mitmischen. Ist da die Aussicht dann viel größer als in anderen Ländern Zentralasiens, dass sich da die Situation bessern könnte? Man hat natürlich mit der Annäherung an die EU immer ein gutes Druckmittel in der Hand. Aber auch für andere Staaten gilt, man hat ja andere, man hat Handelsabkommen, man hat alle möglichen Arten von Kooperationen und man hat sehr viele Treffen, auf denen man die Menschenrechtssituation ansprechen kann. Und das wird leider häufig bei Ländern, die für die EU wichtig sind, immer noch sehr verhalten getan. Das heißt ja, so eine These ist ja auch, dass Sport und Menschenrechte sind ja eigentlich fast natürliche Verbündete. Also Sport bringt die Menschen zusammen, das soll unterhalten, das soll Spaß machen, das soll Spannung vermitteln, soll die Menschen anregen. Da gibt es ja diesen schönen Satz von Nelson Mandela, der Sport hat die Kraft, die Welt zum Guten zu verändern. Sind da eine gewisse Hoffnung auch bei der Europameisterschaft jetzt in der Ukraine, dass dieser menschliche Aspekt da noch zum Durchbruch kommt? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Die Ukraine kann nicht glauben, dass nur durch die EM was zu verbessern wäre. Ich habe schon gesagt, wir brauchen wirklich langfristige Projekte. Wir müssen auf die Leute setzen. Die Ukraine braucht eine neue Generation von Politikern. Das ist auch das Problem, dass wir auch bei der Opposition nicht wirklich Alternative sehen. Für wem sollen wir stimmen? Wir brauchen junge Leute, gut Ausgebildete, die Demokratie gelebt haben, die auch im Ausland gewesen sind. Aber 77 Prozent waren noch nie im Ausland gewesen. Naja, es ist nicht immer einfach ein Visum zu bekommen, das muss ich Ihnen sagen. Und gerade jetzt, vielleicht ist es einfach die Stimmung so, aber gerade jetzt höre ich in den letzten Wochen viele Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller, die sogar mehrmals in Deutschland gewesen waren, die haben eine Absage bekommen von der Deutschen Botschaft, Ich möchte nicht unterstellen, dass da irgendwie eine Anweisung gegeben war. Auf keinen Fall. Natürlich sind da immer die örtlichen Kräfte, die das entscheiden. Aber das ist immer ein Hindernis, auf jeden Fall. Und auf irgendwelche Art und Weise auch eine Erniedrigung. Ich muss Ihnen das wirklich sagen. Wenn ich sehe, wie Rentner teilweise, die ihre Kinder oder Enkel irgendwo besuchen wollen in Deutschland, ganz teure Checks für ein paar Tausend Euro kaufen müssen, was die natürlich nicht machen können, wenn die da irgendwie ein bisschen Rente bekommen. Und die Leute, die Geld haben. Das, was Sie jetzt in der Ukraine da erleben, was da auch eine Rolle spielt, nicht gerade die Europameisterschaft dann auch der Anlass sein, sich um dieses Land und auch andere Länder, wo das ähnlich ist, noch viel mehr zu kümmern. Sind wir da zu zurückhaltend? Müssen die noch sehr viel mehr gerade im sozialen, im menschlichen Bereich gefördert werden? Das glaube ich eigentlich nicht, weil ja das Assoziierungsabkommen ja gerade zeigt, dass wir da einen sehr großen Schritt gemacht haben. Es gibt ja auch andere Vereinbarungen über in der Tat auch Visa-Erleichterungen, die in der Diskussion, in der Verhandlung sind, um gerade eben den Austausch etwa auf wissenschaftlicher, auf universitärer Ebene auch mit Künstlern zu erleichtern. Insofern glaube ich, dass es eigentlich sogar anders ist, dass die Ukraine ja in besonderer Weise sich in Westeuropa eines großen Interesses erfreut, weil natürlich es ein auch europäisches Interesse gibt wiederum, sie nicht Russland zuzutreiben, sondern zu einem Land Europas zu machen und dann irgendwann auch in einer politischen Union möglicherweise. Also, dass wir das vernachlässigt hätten, kann ich eigentlich nicht erkennen. Darf ich hinzufügen? Da muss ich Ihnen leider entgegensetzen. Ich bin mir ganz sicher, wenn im Jahr 2005 die Ukraine eine klare Perspektive erhalten hätte, dann wäre auch die Entwicklung ganz anders gewesen. Die Ukraine wurde alleine gestellt, nachdem wir die Orangenrevolution geschaffen haben. Ich habe oft zitiert, die Aussagen von vielen Politikern zitiert, die Tür ist nicht zu, aber die Tür ist auch nicht offen. Das haben wir schon so oft gehört. Und diese Perspektive hätte uns wirklich helfen können. Ich will nur eins sagen. Es kommt ja nicht nur auf die Beitrittsfähigkeit eines Landes wie der Ukraine an, sondern auch auf die Aufnahmefähigkeit der EU. Und wir haben natürlich 2005 die Situation gehabt des Beitritts der zehn neuen Länder. Und dass man damals gesagt hat, jetzt müssen wir erst einmal schauen, wie wir die Integration dieser zehn neuen Beitrittsländer, die ja wahrlich auch ihre Probleme haben. Denken Sie an Rumänien und Bulgarien. Auch die Slowakei. Da ist ja auch, wenn Sie an Korruption denken, nicht alles so, wie es eigentlich in der europäischen Gemeinschaft der Werte sein sollte. Insofern ist das, glaube ich, vor dem Hintergrund zu bewerten, dass man gesagt hat, also jetzt haben wir diesen Big Bang der zehn Länder gehabt. Und jetzt wollen wir uns nicht überfordern, indem wir jetzt auch noch ein so großes und ja auch nicht ohne Probleme behaftetes Land wie die Ukraine dazunehmen. Also das würde ich nicht als gegen die Ukraine gerichtet sehen, sondern als einen Hinweis auf die mangelnde Aufnahmefähigkeit der EU zu dem Zeitpunkt. Da wir jetzt alle sensibler geworden sind in vielen Fragen, müssen die Sportverbände in Zukunft nicht mehr Rücksicht noch auf solche Dinge nehmen? Da gibt es jetzt in Bezug auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Weißrussland 2014, ich habe es ja kurz vorhin schon angesprochen, glaube ich, sogar eine Bundestagsinitiative. Einige Parteien haben ja gefordert, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft dort nicht stattfinden darf. Müssen die Sportverbände auch damit rechnen, dass die Politik da mehr Einfluss auf sie auch versucht zu nehmen und sie auch versucht, stärker unter Druck zu setzen? Das würde mich sehr wundern. Also ich glaube, dass da vor allem Herr Bach, der DOSB-Chef, immer darauf pochen wird, dass der Sport autonom bleibt und immer ein bisschen außen vor ist und so eine eigene Rolle behält. Also mich würde es sehr verwundern. Also das heißt, man könnte die Frage ja auch anders stellen, ob die Sportverbände nicht doch etwas politischer werden oder politischer denken in Zukunft. Ich meine, es gibt ja noch andere Aspekte, Reinhard Grindler hat das genannt, die sind ja Unternehmen, sie versuchen Gewinn zu machen, viel Geld einzunehmen. Ich habe gesagt, dass man den Sport auch in Regionen trägt, in denen er bisher nicht mit solchen großen Veranstaltungen vertreten war oder wo eben Sport noch nicht die Nummer eins ist. Sie haben es gesagt, ich wollte Ihnen nichts unterstellen. Sie haben es ja selbst gesagt, es geht nicht nur um den wirtschaftlichen Aspekt, sondern eben auch um die Frage, inwieweit man da auf eine verändernde Weltlage, auch ein veränderndes Bewusstsein bei Sportlern, bei Fans vielleicht auch reagieren muss. Also jetzt Stichwort, dass man politischer denkt. Ja, zumindest ethischer oder dass man irgendwie, ja, sich natürlich mehr Gedanken macht. Nun muss ich da immer wieder auf die Besetzung dieser Posten natürlich in den Verbänden auch einfach immer wieder hinweisen, wer sitzt da, ist es ehrenamtlich, kann man das dann wirklich von der jeweiligen Führung dieses Verbandes dann auch verlangen, wer sitzt da. Und auch da kann ich immer nur sagen, auch da braucht es in vielen Verbänden, auch in deutschen Sportfachverbänden natürlich eine Auffrischung, die aber auch auf sich warten lässt. Ethik und Geschäft verträgt sich aber oft ja nicht so, kommt häufiger vor. Frau von Möllendorf, ist Sport vielleicht sogar, wenn Sie jetzt mal betrachten, der Kampf für die Menschenrechte in vielen Ländern ist Sport möglicherweise sogar das effektivste Kampfinstrument für Menschenrechte und gegen Menschenrechtsverletzungen? Es ist vielleicht ein Mittel, um sich dafür einzusetzen. Es ist ein Mosaikstein, der begleitet werden muss von ganz vielen anderen Maßnahmen. Natürlich kann der Sport, wenn er gut läuft, ein Symbol für gute Zusammenarbeit, für Respekt, für Fair Play sein, was auch im menschenrechtlichen Bereich vonnöten wäre. Aber man kann trotzdem nicht die ganze Verantwortung auf den Sport lassen lassen. Ich war ja in der Frage, ob es ein Hilfsinstrument ist oder eine wichtige Hilfe sogar. Und dass man vielleicht sogar stärker darauf noch sich konzentrieren sollte. Also die Sportverbände sollten tatsächlich ihrer Verantwortung gerecht werden und sich deutlicher äußern. Das kann ein wichtiges Instrument sein. Und die Annahme, Sport sein unpolitisch ist falsch und meiner Meinung nach naiv. Denn selbst wenn man sich nicht zur Menschenrechtslage äußert, sind gerade solche Veranstaltungen schon politisch, weil sie eben oft dazu genutzt werden, um das Prestige der jeweiligen Regierung zu stärken. Und dieser Verantwortung muss man sich schon sehr genau bewusst sein und sich informieren darüber, was in diesem Land läuft. Und in dem Bewusstsein dann für einen besseren Menschenrechtsschutz eintreten. Gut, wir lernen diese Worte im Gedächtnis wegen, liebe Zuschauer. Am kommenden Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine. Ich denke aber, das ist ein Blick auch auf diese Probleme. Nicht nur in der Ukraine, auch in Polen wollen wir nicht vergessen. Aber der Blick auf die Ukraine hat uns natürlich jetzt auch politisch interessiert. Bleiben Sie bei Phoenix. Ich denke, das ist ein Blick auf die Ukraine.